zum schiff zurück das sieht ungesund aus vorhin auch eins das geht aber nicht das geht nicht durch überschritten zwei das bestimmen der oder eins durch das zwei kinder so katana das sieht nicht gesund aus ich glaube ich gehe mal zum arzt gehen wo der akupunktur verschreiben lassen dagegen immer rein die nadeln auf eine auf 100.000 mehr kommt es auch nicht mehr darauf einst schrieb ich die geschichte zu schimas jetzt schreibe ich über die schlachtung ihr überleben so aber was war jetzt das handlungsunfähig keine ahnung wo alles einmal ich würde sagen wenn dann sollten wir mal zusammenbleiben und den scheiß dingen suchen oh 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 gott natürlich auch da waren die mord sind gesprachfläger oh geil er wird unsichtbar und du bist ja geil ich habe natürlich den falschen target bekommen bei mir nicht angegriffen das ist der heiltrommel eben aus also 25 mehr gesundheit die haben mich jetzt schon gerettet ne ich kann ja auch eben klar aber was macht er denn für den schaden der samurai der brot die heilung noch nicht raushauen oh er hat heilbomben wir waren immer noch nach links steuerkreuz meine haftbombe ist voll ins leere geflogen schützt uns die rauchbombe ich vor hauatschers ja ich ich äh ich gehe steil ich 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 Ah, komm! ich bin noch gedocht ja das war bombe von hier aus von hier aus loslaufen ist aber scheiße perfekte paraden ich stelle mich ins gehöft das problem die kannst du nicht parieren die fetten abgesehen davon geht es mir tatsächlich auch nicht um die nebenaufgaben stahl stahl ok wieviel kommt hier noch ok da sind wir safe und die rauchbombe ist natürlich richtig geil ne aber keine heilung ready mach ich aber gleich standhaus ok Scheiße, wer hat mich denn da getroffen? Oh, im Sprung aktiviert, das sah cool aus. Oh, im Sprung aktiviert. Ja, doch. Oh, ich liebe Assassinen, die spielen können, ey. Das ist so eine gute Klasse, die wird von vielen einfach so falsch gespielt. Scheiße, aber noch einer. Da ist noch einer. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall zum Stall. Oh, ihr sind Geister. Ja, ihr habt es gesehen. Okay, er hat goldet. Ja, ihm geht es da hinten. Ja, noch hält er sich gut. Das ist aber noch eine ganze Menge. Ja. Wow. Oh, dreckigster Hawatscher ever. Da vom Strand, okay. Schildträger, jede Menge. Ja. Äh, Stahl von der anderen Seite. Oh, da hab ich grad die... Wieso bin ich denn nicht getarnt? Ich mach scheiße. Ja, alle, die SAN LEBT auf jeden Tag. Nein. Die sind dabei vergiftet, ich bin zurückgegangen, ich bin sicheriger gespannt. Das haben Sie gemeint, auch kacke rauchbombe ist getriggert also die boss volle wird einfach ich steh mich direkt in die rauchbomben rein meine güte oh stahl ist noch irgendwas irgendwo läuft hier noch was rum und findet den weg wahrscheinlich nicht so von den kreis das können wir aber man eine heilung gekauft nirgendwo stimmt sie machen kaufen und nicht er denkt an die Erwart schaust und schickern ja die anderen beiden sind auch schon rausgelaufen ich bin ja auch hier hinten Scheiße, ich bin doch wahrscheinlich doof erwischt. Könnt ihr ihn holen auf dem Weg? Dann mache ich mal eben hier so ein bisschen Hawacha-Action. Der wird doch schon geholt. Scheiße, Tengus. Alter, Mann, die haben so ne Scheiß-Kombo. Die ballern so durch. Nochmal eben den, weil ich dich noch mithilen will. Ja. Scheiße, gehöft. Das schaffe ich auf keinen Fall. Das können wir noch schaffen. Fuck! Oh, scheiße, es wird so knapp. Lasst mich auf den Punkt! Ja, wir haben überall in der Feuer, Alter! Hast du gesehen, wir haben den Punkt zum Teil wieder geholt, ne? Ja, der regeneriert sich ja ein bisschen, wenn man drauf steht. Oh, war das knapp, ey! Okay, die Rauchbombe am Ende war wasted, aber, ähm... Ich glaub, die Hunde da reinzuschweißen war ne gute Idee. Ey, die sind so stark! Ja. Roll, 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 dein Leben! Uff. Ich muss Bomben holen. Ich gehöft ja, dann bleib gleich hier, was soll's. Ich komm dann gleich wieder. Ich push mit den Ebenen, dass wir loslaufen können. Ja. Steil geht auch. Okay, hab ich. Ich hab'n Lilla-Bogen-Schütz und einen Normalen, das geht noch. Ja, das war, das war gut. Das hast du gut gemacht, ey. Ich hab'n Lilla-Bogen, das kriegen wir sogar hin. Ja. Oh, die halten so viel aus, Mann. Juck. Oh, die sind beim Geheft. Ach so, da darf der Ratsch einer hin. Hier ist gut, ne? Ja, ja. Ich hab'n Lilla-Bogen-Schütz-schütz. Ich bin verbrannt. Warum brennt denn da alles? Das schaffen wir easy. Andere Seite? Du hast den Baum getroffen. Dein Freund der Baum. Oh, meine Bomben. Oh, die waren gut. Ich bin hart blind. Oh, die sind beim Stall. Das schaffen wir. Wir haben eben den Viertel geschafft, dann schaffen wir das auch. Oh. Oh, genau. Ja, das war ein 2-2-2-0-Bomben. Oh, ich hätte jetzt gerne noch vor den Hund kauft, sehr hell. Ja, ich auch. Das ist mein Glück. Was ist dein Problem? Okay, ich hab Schaden bekommen, aber ich lebe. Oh, die haben Bomben fallen. Eww, das ist noch ein Bomber. Warte, ich schmeiß eine Bombe rein. Oder auch nicht. Warte, die Bomben gehen nicht. Das sah geil aus. Ja, mit so einem langen Bogen kann man, kann ich jetzt hier natürlich verhältnismäßig wenig kämpfen, gerade auf dieser Karte. Ja, das volle Auflagen kostet ja auch Zeit. Ja, auch richtig Zeit und ich habe leider keine schnelleren Ziehttempo. Jetzt kommt einer, zwei, sehr schön aufgeteilt. Oh, Bogenschützen! Da ist der Bomber, du Spast! Aua, Schwerkämpfer! Oh, Geheft! Oh, Shit! Jaaa! Ich weiß nicht, ob du das schaffst! Lauf, lauf, lauf! Ich mach auch Bomber gleich! Ich mach auch Bomber gleich! Ich mach anzünden, weil der andere ist vorm Stall. Okay, der war wasted. Egal! Safety first! Ja, Attentate von oben, sorry ey! Das brauchen wir euch zu versuchen! Steil wird auch! Ah, ich siege! Okay! Spiel, warum findest du das Ding nicht? Oh! Komma! Jaaa! Mach doch noch mehr Kombos! Boah, stirb doch! Wie sieht's aus bei dir? Zwei Stück noch, aber die kriege ich! Alles klar! Ich bin tot! Hawacha! Hawacha! Oh Mann! Ich bin tot! Nun können wir mit der orial Schraube nicht weh! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Das ist mein Pumpt! Ich bin tot! Ha! Wie? Komm her, du scheiß Tengu! Du kriegst ne Haftbombe! IN DEIN FACE! Steil wird auch geheft. Ja, ich geh schon mal zum Schall rüber. Samurai geht mit rüber. Ich heil' uns bei ihm hoch und jetzt müssen wir halt reinhauen, Janis. Oh ja. Als ob er ausgewichen ist, so sah das gerade aus. Das hab ich auch gedacht. Ich hab gefühlt von den drei Schüssen zwei Leute getroffen. Oh meine Güte! Seid ihr anstrengend, ihr zwei. Du kannst dem nicht ausweichen! Nee. Nur mit ner Rolle hab ich jetzt geschafft. Ich hasse diesen Angriff von ihm, ne? Ich finde generell anstrengend. Ich wär' gerne Lattes rausnehmen sollen, weil beides zusammen ist doch ein bisschen echt krass schwer. Das wär' so ein Alptraum plus gewesen. Ja. Aber das von schwer auf Alptraum, der Gate ist zu riesig. Oh, die Haftbombe war super, Bunke! Danke, Bunke, bitte! Äh, gehöft ist der... Gehöfte läuft schon der wenigsten Sinn. Der Samurai kommt zu dir, dann geh' ich zum, äh, zum, zum Dings, zum Gehöft. Ja, ich bin der Einzige, der nicht auf dem Punkt ist. Ich merk's richtig! Au! 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 Aал! Au! A bileuz! D family! All der Oh, 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 oh. scheinbar hunde nein nicht auch noch hunde und ausbruch ich gehe ich kack ins bett und bären Samurai kommt zu dir ich gehe zum Strandhaus Ach scheiße die explodieren ja ja warte ich kann ja noch ein bisschen außer ich hab jetzt eine Raub Nice Musste nicht mal das anzünden nehmen Ich hab jetzt drei Videoclips gespeichert also das ist äh das wird wahrscheinlich safe sein dass ich das vernünftig schneiden kann Die Runde lade ich hoch das ist nett Ich lade nämlich keinen Cyberpunk hoch über Weihnachten Ich lade überhaupt nichts hoch über Weihnachten Rainbow kostet alles Vielleicht kommt ein Rainbow Video zu Weihnachten Weil dafür waren unsere beiden Rainbow Sitzungen zuletzt die waren echt gut Da hab ich Anna auch nochmal gesagt ey das hat richtig Spaß gemacht man Ja das find ich auch Auch die wo wir da nicht so gut waren tatsächlich Scheiße Watscher hat mir aus der Luft gesnipet Alter ich glaub's nicht Guys Arsch Aua! Huuu! Ach komm, halt, ob du mich getroffen ist! Klar! Nein, da trifft er mich! Scheiße, Mensch! Oh, Junge, das... Alter, was du du getränkt hast! Kein nochmal? Oh, ich glaube, ich habe mich zu Ende eingenommen. Das ist mein Name. Hm. Das ist mein Name. Das ist mein Name. Brandfall. Brandfall. Das ist mein Name. Mit Fernkamp-Angriffen. Toll. Ich habe keine Bomben mehr. Ja. Alter, ja! Doppelabatscher! Alter, was ist denn das? Das ist mein Name. Ich bin echt der einzige Aufmerksamkeit des Punktes gewesen! Ich bin echt der einzige Aufmerksamkeit des Punktes gewesen! Ja, da finden wir uns jetzt auf dem Strandhaus! Ja, ich auch! Spurten! Ich bin aber nicht da! Oh, der war schön in der Hawatcha! Und eben ein! Ja! Ich finde, die Karten sind so gut, ne? Ich finde, es hätte ein paar mehr Safe-Spots geben sollen gegen die Hawatchas. Ja! Ich sage ja, die Dinger sind zu stark. Also, diese starken Uni, die Dinger an sich hätten für den Albtraum absolut gereicht. Für das Teil wäre das schon echt lächerlich schwer. Aber gut. Ach, Schand, ach, äh, Schand aus doch! Oh Gott, oh Gott! Oh, schade! Ich war gerade dabei, Kopfschüsse zu verteilen! Oh, gut! Schade, ja! Oh, nein! Ja, sorry! Ja, hol mich nicht! Bleib du auf dem Punkt! Obwohl... Ich bin beim Klettern über dem Zaun hängen geblieben, alter! Oh, das ist ärgerlich! Oh, ja! Okay! Ich habe mich nur eben voll! Ich muss auf jeden Fall an meinem Bogen arbeiten! Ich brauche definitiv Zielgeschwindigkeit! Wo sind hier Items zum Einsammeln! Ja, ey! Ich war doch nicht mal mehr am Punkt drin! Ja, dann bleibe ich gleich beim Geheft, was soll's! Ich kann meine Halbungen wechseln! Brauchst du Hilfe? Die sind zu zweit! Ne, ne! Ich... Ich sage, jetzt komme ich klar! Boah, das sah geil aus! Ich fühl's aber geil, wenn du diese dicken Olibabas mit ihren Feldenkorn... Heulen, wenn diesen dreimalangriff immer so... ... und quasi mit einem Dodge so umläuft! Und man sich so hinter die stellt! Ja! Schlag Dodge! Schlag Dodge! Und mit letzter Schlag habe ich noch gekehlt! War so eine Pfeile? Oh ja! So, Strandhaus! Verlangsamte Wiederbelebung! Das ist kein Problem! Ich habe ja die Fähigkeit! Habe ich genug Bomben? Für Entschlossenheit! Äh, da kommen auf jeden Fall... In diese Runde kommen Hunde und... Und Dick Onis! Und Dick Onis! Der Assassin ist auch da! Ne, dafür habe ich jetzt hier zwei Lilane, ne? Ich versuch's! Was hat er denn für ein Tracking?! Was ist denn das?! Au! Ja! Das habe ich mir auch gerade gedacht! Au! Er springt hoch und dann portet er sich nach vorne bei seinem Sp... Nice! Geh, äh Feuer! Oh Mann! Alles klar! Ich weiß jetzt wie ich gegen die kämpfen muss! Anders geht's scheinbar nicht! Oh! Oh! Oh, mit diesem Bogen ist Ulten einfach so geil! Pfeile, 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 Pfeile! Mhm. Ich bin auch noch am loopen! Oh. Meine Pfeile sind voll! ja leistung wellen noch cool 47 minuten das goldrunde das ist eine goldrunde mit fünf wellen mehr das anzünden noch das ist ganz gut wenn man es aufteilen müssen ja denk daran wenn es wenn es halt bei dir auf dem punkt gut ist aber trotzdem wegen aufteilen und so ja und strand haus ist auch alle wie immer die scheiß einundzwanzigste welle getroffen das ist so eine behinderte scheiße mit den dingern ja ich weiß er geht steil dann komme ich mit dir ist standhaus da müssen wir unbedingt rein ja ich war das anzünden rein warte ich komme noch rein ich habe gerade richtig irgendwas in die luft gesprengt wenn man die zeit nimmt und auf das achte was man so macht dann sehen manche muss schon richtig geil aus scheiße also wenn wir beide auf dem punkt kämpfen fände ich das angenehmer für mich das das team zu beobachten muss ich ehrlich sagen auch wenn die absprache natürlich besser ist wenn du vorhanden hast bist wie ich ne ja ja was ich schade finde dass wir nicht ausweichen dann wäre man zielt was ich schade finde dass das spiel besser als mich zu halber machen das stimmt das hätte ich auch ehrlich gesagt nicht gedacht anfang des jahres das hat glaube ich niemand gedacht nein nein oh gott ich bin fast in den hammer reingedodged nein das ist eine ohja es ist ja irgendwo schreie ich plündern kann bei den gebäuden sind mehrere ja du weißt nicht wie ich schon geblündet habe ich glaube auch schon drei der vier eingesammelt da ist noch ein doppel gehört dann kommt der letzte woanders das weiß ich jetzt schon kommt rein mit meine scheiß raubbombe pflanzen kann danke sie ist doch mal gebrockt nein bestes timing ja steil ist noch einmal ja materasso ist da sehr gut jetzt bei der raubbombe auch eben zünden die rennen schon mal rüber ja hier ist doch ein dicker mit der pump kann hier ist noch irgendwo einer ja noch ein dicker und rein von sinne das war glaube ich 23 ja stahl ich hab noch mal anzünden geholt doppelt steil von beiden seiten ja und strandhaus als ob du mich von den schnippern auch gott Gott sei Dank, Alter. Raus tatschen. Ah, das war geil, Bunke. Oh, der wollte mich in den Hatsch aufhauen, der Arsch. Bitte, was? Sehr gut, komm her. Oh, 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 oh. Au. Oh, der Heider lebt wieder. Alter, wie viel parieren soll ich denn noch? Meine Feinde sind durch und durch geflogen. Der hasst mich. Alter, der hat mich gehasst. Alter, letzte Runde. Hat ich meine Hunde am Aktivieren. Oh, der Freund hat noch mal so, der Freund hat noch mal Munition. Oh. Na. Muss ich eben Bomben holen? Mir geht's doch gar nicht so gut, so ich gerade. Oh, die Bären. Ha, die hab ich ganz vergessen. Hui. Ha, das ist ja, das ist ja. Ich hoffe, das Angestin hat was gebraucht. Ich hoffe, das Angestin hat was gebraucht. Hier ist safe. Irgendwas ist immer noch beim Strandhaus. Ein fucking Bär. Ich habe ihn in die Luft gesprengt. Oh, die Bären! Habe ich ihn getroffen? Ja. Oh, mein Gott! Oh, ey! Ich habe den Stahlkopf recht, hier. Da links? Oh, ja. Oh! Nach all den Jahren! Weil jetzt, wenn ich jetzt mein Meister Katana wo kommen hätte, das wäre dann auch die beste Runde des Lebens gewesen. Ja! Ich habe mein letztes Schwert! Echt? Das Stein-Legendäre endlich! Krass. Und ich habe noch einen Talisman gekriegt. Ich habe einen Talisman bekommen und zweimal die Rauchbombe. Oh! 155 Fernkampf geht. Das ist geil! Ich weiß nicht, wann ich die gemacht habe, aber hey! Ich guck mal eben. Oh, endlich! Charakter! Ja! Ich habe dieses blöde Steinschlägerschwert endlich! Aufmerksamkeit! Puh! Ja, alles zähne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020